Geht noch ein bisschen was? So, hast du es letztendlich? Ja. Einfach mal durchfahren, ne? Und schießt den Piloten raus. What? Genial, ab. Oh nein. Oh, verdammt! Back! Jetzt lass dich scheiße! Komm schon! Back! Was zum Henker! Du Elende! We are back up! We are back up! We are back up! We are back up! Sorry, Wrecker. Aber ich hab keine Wahl. Na, hatte der Irish doch recht. Man kann doch nicht jedem vertrauen, ne? Man muss sich das Vertrauen erst... ... erarbeiten. Wir haben nicht genug Ressourcen, um alle Verwundeten... Das von Shang kontrollierte Gebiet liegt hinter uns, Doktor. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir brauchen all unsere Leute einsatzbereit. Und Tombstone, Sir? Sie sind nicht unter den Toten. Oh, Scheiße. Okay, okay. Was noch? Wenn sie erwischt werden? Wie stehen die Chancen, dass... Wenn Shang sie hat, werden wir sie vermutlich nie wiedersehen. G malt die Schiin, Neg Dos. Wechseln wir jetzt. Ich glaub in seine approves CAMEX. Wie dicke. Skaption Dos, wenn ich darauf Few das. Hör mir zuhören, geh mir zuhören! Sie sollen endlich nicht! Was soll ich denn bestohlen, Schagai? Kimble Irish Grace, Sarsen! Lass ihn in Ruhe, du kackest fein! Halten Sie mich darauf, Sarsen! Rekka! Rekka, bleib bei mir! Nur mal mir, Rekka! Ich nötte deine scheiß Arme! Und dann werde ich die Spion schlappe Herder finden und sie damit zum Preis schlagen! Sie und ihren Scheiße, ihr Mann! Ihr Mann? Was für ein Mann? Drehen Sie jetzt durch? Du hältst mich für blöd, was? Der Typ mit dem Verband? Ich weiß! So, er lebt noch! Dein Schiff ist die USS Valkyrie, richtig? Was? Was zum Teufel redest du? Du hast keine Ahnung, wen du aus Shanghai rausgeholt hast. Was? Ja! Was? 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 Ich bin noch ein bisschen benebelt. Bin ich mal gespannt ob wir hier rauskommen. Mit dem Dima. Und wo Irish ist und was letztendlich mit Peck ist. Weil er wirklich tot ist? Ich will es ja nicht hoffen. Aber es sah doch schon danach aus. Wenn du eine Kugel einfängst, kann ich nichts machen. Dort bist du Nutzung. Tja, das ist wohl wahr, ja. Hier unten ist einer. Ganz schön krasser Scheiß. Hoich. Kann ich dir helfen, Junge? Nee. Okay. Okay, nimm du die Waffe. Ich hab ja auch mein Messer. Tut gut, wieder das zu tun, was ich am besten kann. Deine Anwesenheit ist ein Geschenk für mich. Und hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Okay. Hoch oder runter? Ich werde erstmal einen Überblick verschaffen. Geh mal lieber nicht an. Greif mal lieber nicht an. Hier sind einige. Okay. Das war vielleicht nicht so gut, dass ich hier den Angriff starten wollte. Beziehungsweise war das eigentlich gar nicht der Plan. So, den haben wir. Was? Ich muss noch die Waffe haben. Ja, warte. Ich komm hin. Boah. Oh. Micheln nicht hin. Okay. So, den haben wir auch. Ich muss natürlich die ganze Munition hier einsammeln, die ich kriegen kann. So, erstmal den hier wegmachen. Und den Schalter betätigen. Okay. Wir gehen mal durch meinen Weg. Okay. Gehen wir durch meinen Weg. Verdammt. Oh, halt. Ähm, ich chill mal kurz hier drin, ne? Gut, jetzt hab ich wieder Leben. Ah, die Bumpe, die gefällt mir gar nicht recht. Mal spiele ich nicht mit Bumpe. Wie ihr sehen könnt, auch warum nicht. Ja, im Moment, grad läuft's grad. So ein bisschen, mehr oder weniger. Sowas gefällt mir schon besser. So was passt mir schon besser, gut. Dann kann's jetzt weitergehen. Hey, Irish. Gehen wir. Pack! Wo ist Pack? Ich lass sie nicht zurück! Komm schon, komm hin! Komm! Tja, Irish. Es ist wohl... so wie gedacht. Wo haben sie ihn hingemacht? Was redest du da? Da vorne ist der Fahrstuhl. Und das ist der einzige Ausweg. Wir gehen nicht ohne Pack! Pass auf! Ich werd nicht hier unten drauf gehen. Entweder kommst du mit, oder du bleibst hier! Schau! 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 Er ist nicht weg, doch gar kein... Irish. Ich hält die Renne halt einfach mal nur Irish hinterher. Wie steht denn der? Ist ja unglaublich. Verdammt, 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 verdammt. Renne rein, renne rein. Wow. Zwei Leben. Das war ein enges Ding. Hier gefällt mir richtig die Waffe, ey. Richtig cooles Ding. Was macht ihr, Garni? Ihr helft mir!